Willkommen, ihr Neugierigen! Heute begeben wir uns auf eine Reise zu den seltsamsten und verblüffendsten architektonischen Wundern auf der ganzen Welt. Schnallen Sie sich an, denn wir werden gleich das Außergewöhnliche enthüllen. Die zehn seltsamsten Gebäude, die sich über Konventionen hinwegsetzen und unsere Vorstellung von dem, was möglich ist, in Frage stellen. Dies ist die Enthüllung des Außergewöhnlichen und los geht's! Das Dancing House, auch bekannt als Fred & Ginger, schwingt und dreht sich wie ein tanzendes Paar. Sein unkonventionelles Design löst sich von den starren Linien der traditionellen Architektur und zelebriert Bewegung und Freiheit. Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Haus, in dem die Decke der Boden und der Boden die Decke ist. Das Upside-Down-Haus in Stolmbach ist eine skurrile Kreation, die die Realität auf den Kopf stellt. Es ist nicht nur eine skurrile Touristenattraktion, sondern auch eine Aussage über die auf den Kopf gestellte Natur unserer Welt. Ja, Sie haben richtig gelesen! Es ist ein siebenstöckiges Bürogebäude in Form eines riesigen Picknickkorbs. Das Basketbuilding ist eine Hommage an die kultigen, handgefertigten Körbe der Longaberger Company. Es ist eine skurrile Mischung aus Unternehmensfunktionalität und Skurrilität. Das Crooked House sieht aus, als würde es schmelzen oder in seinem eigenen Rhythmus tanzen. Inspiriert von den märchenhaften Illustrationen von Jan-Marc in Sansa widersetzt sich diese wellenförmige, surreale Struktur der Schwerkraft und Logik. Das Steinhaus scheint aus einem riesigen Felsen gehauen zu sein. Sein primitives, höhlenartiges Design fügt sich nahtlos in die Natur ein und lässt die Frage aufkommen, ob es sich um eine Behausung oder ein magisches Portal in ein anderes Reich handelt. Die Cube Houses widersetzen sich mit ihrem gekippten geometrischen Design den Konventionen. Die miteinander verbundenen Würfel balancieren auf einem sechseckigen Pylon und bilden einen surrealen Stadtwald. Im Inneren sind die Räume alles andere als gewöhnlich, mit schrägen Wänden und unkonventionellen Grundrissen. Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Haus, das wie aus einer anderen Galaxie zu kommen scheint. Das Spaceship House, das in den Wäldern von Tennessee in der Nähe von Signal Mountain liegt, versprüht extraterrestrische Schwingungen. Mit seinem kreisrunden Design und der erhöhten Struktur wirkt es, als sei es bereit zum Abheben. Die herabfallende Treppe dient als Eingang zu diesem futuristischen Haus, dessen Bau satte 250.000 Dollar gekostet hat. Im Inneren folgen alle Räume und die meisten Möbelstücke dem kreisförmigen Thema und schaffen so ein außerweltliches Wohnerlebnis. Das Mushroom House, auch als Treehouse bekannt, erinnert an ein Märchen. Sein organisches, skurriles Design zeichnet sich durch gewellte Wände, geschwungene Fenster und pilzartige Formen aus. Das Haus ist eine echte Flucht aus dem Alltag und lädt die Bewohner dazu ein Harmonisch mit der Natur zu leben. Diese ehemalige Tankstelle in Form einer riesigen Teekanne erinnert an die 1920er Jahre, als ausgefallene Architektur in Mode war. Die Teapot Dome Service Station war eine Attraktion am Straßenrand und eine Anspielung auf den berüchtigten Teapot Dome-Skandal. Sie ist eine reizvolle Mischung aus Geschichte, Humor und Funktionalität. Das Crazy House, offiziell als Hangar Guest House bekannt, erinnert an ein Gemälde von Salvador Dalí, seine organischen, geschwungenen Formen, Armen, Baumzweige, Höhlen und Tiere nach. Es ist eine wahre architektonische Fantasie, die zum Leben erwacht. Und da haben Sie es. Ein Einblick in die wundervoll verrückte Welt der Architektur. Welches dieser Gebäude würden Sie besuchen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergessen Sie nicht, den Abo-Button zu drücken und uns einen Daumen hoch zu geben, wenn Ihnen diese Reise gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie erstaunt und erforschen Sie weiter.